Hallo und willkommen zurück zu Jacket Alliance Flashback. Wir hatten jetzt hier mehrere Sachen, die noch gemacht werden mussten. Und zwar als erstes mit dem Trupp darüber und die Quest abgeben mit den Köpfen und der Frau Bescheid sagen. Ja, können wir auch mit allen rüber, denke ich. F10, ja. Das ist jetzt der Sektor, wo wir nur mit dem einen Charakter sind. Das wird natürlich nichts. Das müssen wir irgendwie anders machen. Papa Ralf. Tio. Na gut, wenn wir Tio haben, dann ist wahrscheinlich sowieso das Spiel quasi schon durch. Wichtigste Stadt der Insel. Wer könnte natürlich auch mit dem Trupp darüber. So, mal das versuchen. Gucken wir mal, was dann passiert. Kampf. Sieht zumindest so nach aus, als wenn wir mit dem Trupp eher drin sind. Ist aber nicht. Hm. Dann müssen wir mit der wohl abziehen. Ist ja auch dumm, dass er jetzt mal den Sektor neu lädt. Dann sagen wir hier nach oben. Das ist aber nicht ganz geklappt. Der hat immer noch rechts die Angabe. Und dann kommen die sofort in den Sektor rein. Das passt also auch nicht. Machen wir anders. Dann helfen wir da bei der Verteidigung, würde ich sagen. Die bleibt dort. So. Flümm. Geld. Da unten kommen schon die nächsten. Die muss halt hier auch schon aufschließen. Spielen. Ach, wir können hier gar nicht kämpfen, wenn wir... Okay. Also spielt es gar keine Rolle, ob wir... Jetzt gucken wir das auch noch an. Ob der da rüberkommt. Nee. Ja gut, dann lassen wir die Milizen das einfach machen. Ist aber natürlich schon sehr bescheiden, dass man da nicht mitkämpfen kann. Also, wir ziehen mit der Gruppe dann nach Norden. Und die... Kann am besten nach Süden reisen, nehme ich an. ... ... ... ... ... 2 ist angekommen. Dann geben wir hier die Quests ab. 1. 2. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 13. Hugo. Hugo. Auf meinen Weg. Ja, was ist mit den Köpfen? Deine Ordnung? Ja. Müssen wir die vielleicht im Inventar haben? Ja. Ja. Na. Bladier ins Kopf übergeben. Das sieht doch ganz nach ihm aus. Ist gut gemacht. Hugo wird ihnen nun Belohnung geben. Was der mir auch immer gegeben hat. Schau mich mal noch auf. Questbelohnung wird nicht angezeigt. Hugo hat lange auf diesen Moment gewartet. Hier ist ihre Belohnung. Ja. Keine Ahnung. Shifter Drifter Kopf übergeben. Der war wirklich gerissen. Hugo ist froh, dass ihn endlich jemand erwischt hat. Hier ist die Belohnung. Noch mehr Leute, die gejagt werden müssen? Hugo hat ihnen alles gegeben, was er derzeit hat. Okay. Got it. On my way. I'm on it. Fine. Also, haben sie meiner Frau einen Besuch abgestattet? Sie sollte sie für eine Weile in Ruhe lassen. Großartig. Hier ist die versprochene Belohnung. Dafür, dass sie ihren... einem Bruder in Ruth unter die Arme gegriffen haben. Es handelt sich um eine Flasche. 23 Jahre hinten rum. Ich habe sie für eine besondere Gelegenheit aufbewahrt. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, dann kontaktieren Sie uns. Aha. Okay. Zum Singen von Piratenliedern. Alles klar. Naja. Okay. Okay. Dann ist ja gut, dass wir Ivan dafür angehört haben. Roger. Call it. Roger. Was war nochmal der Roberto für einer? On my way. Wir lassen uns reden. Did you find Greg? Was du looking for him? Okay. Aha. Got it. Wir könnten jetzt theoretisch... Moment. Wie viele Leute kann man in so einem Grupp haben? Sechs. Und wie lange hält der Vertrag von Cliff noch? Zwei Tage. Sechs Stunden. Aber wir haben so viel Kohle. Dass wir auch ohne weiteres noch zusätzliche Leute anheuern können. Man muss es sich ja nicht hier unnötig schwer machen. Ich werde aber wieder in... Äh... Ich würde gerne jemand mit Teamplay noch haben. Den zum Beispiel. Treff's sich halt so niedrig. Mrs. Monica's on the guard. Wer mit ich spreche? Die haben wir schon. Fler.... Ja... Sidney next! No, I'm off to draw up blueprints of the first state-of-the-art-bald system for the capital government. I'll leave more advance notice next time. Hmm... Mmm... 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 Beim Angriff auf Feinde in der Nähe... Treffsicherheit gut... Ja... Bans wär noch gut... Ivan wär halt nicht so super toll... Prostap! Ähm... Marino North... Eine Woche... Ich glaub auf die Ausrüstung können wir verzichten... Aber die ist auch ne 100 wert... Nehmen wir sie mit... Whatever... As long as killings involved... Und Bans ist hier unten noch am Ausbilden... Dann würde ich sagen... Dass wir die gleich mitnehmen... Dann braucht die da eigentlich auch gar nicht zurückkommen... Die hat ja sowieso das Problem... Ja... Sie hatte dieses Dings nicht... Theoretisch könnte man auch ne zweite Gruppe aufmachen... Aber dafür hab ich wahrscheinlich nicht genug Material... Mmm... Weil die hat natürlich noch... Waffen die... Ich da brauchen könnte... Bei den anderen... Also... Die gehen wieder nach unten... Die sind da zusammen... Die sind da zusammen... Die nehmen jetzt... Bans mit... Dann ruste ich die hier erstmal aus... Dann guckt man nachher nochmal... Dass wir... Wiki austauschen... An die Stadt schicken... Oder die könnten wir direkt nach unten... Um... Da unten weiter Sachen aus... Zu bauen... Kopf... 25... Haben wir noch was mit Torso... Mehr... Mal... 28 zum Maximum... Super wenig zum Schießen... Aber sehr viel Schaden... Ist eigentlich schon... Extremst gut... Die Waffe... Die könnte halt noch was für Entfernungen brauchen... Die zum Beispiel... 30... 06... Jetzt müssen wir erstmal wieder die Munition finden... Das da... Das sollte reichen... Das ist doch die Munition... Oder nicht? Gut... Wahrscheinlich nur falsch angezeigt... Ja... Hammercard notiert... Und die hat hier ne Brille... Die macht auch Panzerung... Protective Glasses... Dann haben wir den... Ja doch... Das hat sich gelohnt für die 100... Das den mitzunehmen... Das hier könnten wir für höhere Entfernungen nehmen... Aber... Der Hit ist es auch nicht... Lass mal so... Rüstung... Ähm... 28... Okay... 25... Okay... Und... Hosen... 25... Okay... Okay... Wir haben ja noch die Sniper von Vicky... Die wir da abziehen werden... So... Und die können jetzt nach unten ziehen... Return to Mr. Lecter to get more information... Mhm... So... 4 ist angekommen... 14... 2... 2 ist angekommen... Die warten jetzt noch, dass 4 ankommt... Also... 3... 3... 3... 4... 4... So... Dann machen wir da raus... Jetzt ne... Neue Gruppe... Schnell pausieren... Okay... Die ziehen wir da rein... Haben damit das Inventar gemerged... Das war 9mm... Das war 9mm... Das war 9mm... 5mm... Schnell... Okay, damit können wir die wieder entlassen. Die kommt wieder da rein. Jetzt läuft die Zeit nicht weiter. Und die kann jetzt... Eigentlich kann die zurückbleiben und dann gleich nachkommen und da zum Trainieren bleiben in dem, was wir einnehmen. Würde ich sagen, nehmen wir das hier ein. Noch sowas, was wir da gerade machen können, bevor ich da loslaufe. Hm... So. Der Einzige, der da jetzt nicht diesen Treffer-Bonus hat, ist Ivan. Der muss also immer noch vorne. Aber ansonsten haben wir da jetzt eine schicke Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob man noch mehr Gruppen erstellen kann. Es gibt ein Achievement für, ich glaube, 50 Einheiten angeworben. Aber es kann sein, dass das auch mit Verstorbenen zählt. Keine Ahnung. Die ziehen wir noch unten. Und die kann dann im Grunde mitkommen. Ah, eins ist angekommen. Dann können wir hier diese Mission abgeben. Was ist das? Das ist auch etwas leicht bekleidet. Naja gut, es ist ja auch atropisch hier. Was hat die überhaupt für eine Waffe? Glock muss es wahrscheinlich darstellen. Das ist unglaublich spannend. Ich liebe secrets und mysteries. Gut für Sie. Do Sie wissen, ob der Manager ist hier? Das ist, wo der Mystery beginnt. Ich habe nicht alle von der Gespräche, aber ich habe gehört, es ist Zeit. Dann kam er und die anderen Staff-Members nach dem alten Kript. Sie haben uns verliebt, aber eine Minute später kam der Oister-Guy zurück nach seiner Hütte. Es ist nahe der Brücke, nach der Resort-Entrance. Wenn Sie hurry sind, Sie können ihn treffen. Danke, wir gehen und schauen, was er zu sagen muss. Das könnte natürlich jetzt mit einer Person etwas kritisch werden. Okay. Das wird dieses Ding da sein, nehme ich an. Oder auch nicht. Oisterman, das hat... Okay, dann wird das da oben sein. Wahrscheinlich müssen wir den jetzt fragen, wo die Krypta ist und dann nach unten laufen. Okay. Got it! Oh, um, I'm really worried. Don't have time to talk right now. Not so fast. What's going on at the old crypt? Where's all the stuff? How do you know about the temple? I mean nothing. Was? I mean nothing. There's nothing there. As for the stuff, we are having a company meeting, private business stuff. Right. So why are you grabbing your machete? Couldn't find the butter knife? You won't mess up this day or me. They are finally going to accept me and you won't stand in my way. Maybe they'll even thank me for some extra fresh meat. Just tell us what is going on. No, no more talking. I'll carve your heart out, you damned interloper. Enemy! Uh-huh. Oh, they're bad! Uh-huh. That's the end of them. Rafa's Diary of Secrets Today is the big day. I have my final initiation into the Blue Oyster group. I've been down into the temple, but never allowed to eat with them. I wonder how it will taste. Can't believe I forgot my machete on this day. Of all days. It is the one thing I was supposed to bring. Mm-hmm. Copy that. There's the temple. From Rafa's Diary of Secrets Today is a... Yeah. Hatten wir. Enter the temple and find Henrico Lecter. Okay. Okay, dann wird man da unten jetzt wohl reingehen können. Naja. Aber mit einer einzigen Person werden wir doch wahrscheinlich nicht weit kommen. Copy that. Climb down. Mhm. Kultisten. What took you so long, Rafa? Oh dear, Mr. Hamlet is starting to get cold. You are most definitely not Rafa and I am most unwelcome here. I didn't think you would be back so soon. What are you doing here? So Greg didn't check out after all. He was the best match for our initiation sacrifice. We couldn't just let him leave. Since you are here, I take it Rafa will not be joining us. No point in initiation without the inductee. With you here though, we are going to have a feast tonight. We can't allow this to go on. Cannibalism is not okay with us. Brothers and sisters, it's time to prepare dinner. Enemy! Ah, they're bad! Sure. Hmm. Thought I heard something. That's wrong. Ah! Oops. Ihr Squad wurde in diesem Sektor besiegt. Rückkehr zur strategischen Karte. Ah, ja. Das wird wohl nicht mit einer einzigen Person funktionieren. Da müssen wir mit dem anderen Trupp auch noch hin. Dann würde ich sagen, laufen wir mit ihr auch da runter. Die sind angekommen oder was? H10! Schauen wir uns hier mal um. I'm on it. Copy that. Roger that. Sieht aber jetzt auch nicht so aus, dass man hier großartig was erwarten müsste. Da. Absolutly. Da. Da ist wohl nix. Dann würde ich sagen, machen wir das hier platt. Dann würde ich sagen, machen wir das hier platt. Oder das hier, weil es so abgeschottet ist. Dann gehen wir erstmal da hin. Jetzt ist die angekommen. Die könnte auch da und dann nach unten laufen. Wäre vermutlich klüger, weil die... Das dauert drei Stunden. Das dauert nur zwei. Na doch, das sollte eigentlich passen. H11. 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 Ah, genau. Wir wissen, das Hex ist hier. Sie haben mich wieder aufhelfen. Es gibt einen Begriff des Jugos. Good job. I'll wait till the orders. What can I do? Mordus! Copy. Got it. Na, das ist nochmal anders. Vielleicht können wir auch erstmal nach links laufen, um die Länge voll zu haben. Damit die nicht jetzt von beiden Seiten angreifen. Copy that. Sure. Copy that. Sure. Copy that. As you wish. Roger. Copy that. Level up verfügbar. There's always room for room. Very well. Operating. Cut it. Roger that. Wie lang die brauchen, um da zu laufen. Das ist, äh... Ich schrub ihn auch mal auf. Wieso steht der? Roger that. I just became an even more valuable addition to your roster. Ready for action. Roger. No problem. No problem. As you wish. So. Hm? Very well. Absolutely. Yeah. Got it. Got it. On it. I'm on it. I'm on it. Copy that. Roger that. Roger that. As you wish. As you wish. Consider it done. To this door. Absolutely. Very well. As you wish. I heard something rather distinct. Yet I'm unsure as to what it was. Mm-hmm. No. Oh. Oh. Damn what Smith said. This is a copy. So. Wahr sar? Was ert? Yes. God save the queen. I've heard something rather distinct. dann können wir da jetzt den wohl um pusten na vielleicht können wir erst mal mit den anderen abschießen das reicht nicht den könnte man sogar den kopf weg schießen das ist zu wenig 75 vielleicht verblutet er jetzt oder der schießt einmal aber ich glaube das wird zu kritisch wenn da hinten noch einer kommt läuft lieber stören sauber ja ja da ist niemand da scheint auch gerade niemand zu sein ja ja was kann ich tun ich habe alles es ist mir mhm auch 68 prozent das nehmen wir naja viel war das jetzt auch nicht entscheiden wir müssen operieren wir können auch theoretisch zweimal schießen machen wir das 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 Wahrscheinlich wird jetzt jedes Level so ablaufen. Das ist zu offen für den. Ach, ist egal. Richtig hin. Das noch ein bisschen verwässern. Dann zweimal Tor so. Looten. Nehmen wir den. Naja, er hat tatsächlich selber Overwatch benutzt. Hat er aber nicht benutzt. Ja? Ja? Was ist? Entschuldigung. Wenn du... ...talk mit mir. Oh, das ist aber nicht schön. Habe ich den einen auch gerade falsch gesetzt? Na, der hätte ich ein bisschen sparen sollen. Egal. Oh, Munition ist leer, da müsste man nachkaufen. Alle tot. Alle tot. Ja, das war keine wirkliche Herausforderung. Was brauchen wir dafür? 51 mm NATO. Haben wir dafür noch was? Jetzt müssen wir wieder alle so einem durchklicken. Das hier ist, das ist das Hohlspitz. Das ist das Panzerbricht. Also egal. Dann können wir mal speichern. 14, wegs. Ja, da unten ist noch was. Auf meinen Weg. Roger, dann. Bobby, dann. Da haben wir Flaschen. Wenn so der einzelne... Also zählt das hier als Munition. Ich bin auf dem Weg. 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 Alles leer. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Und die andere. Wir haben heute noch mal ausgesprochen. Das ist schön. Aber ich habe mich nicht mehr ausgesprochen. Ich bin auf dem Weg. Come by every day to check on me, but they don't stay too long Valentina also said that you might be able to help by giving us some favorable lighting I'm sure I know what she meant, and I will gladly help you Just so you know the areas I see are mostly in the central part of San Hermanos. I can see a Prival Casnodar and all of Marino. Thanks for the help. Bye I am sorry I am sorry and damit ist ja auch schon alles erledigt was man erledigen kann die ist weiterhin auf dem weg dahin das passt dann ziehen wir da eine truppe auf und die müssten jetzt wahrscheinlich da ein paar mal kämpfen ja auch da würde ich sagen mache ich auch hier ein schnitt und dann gucken wir uns das beim nächsten mal an bis denn